Das ist das Silicon Valley an der Westküste der USA. Der Ort, an dem Firmen wie Google, Facebook und Apple groß geworden sind. Fast täglich erblicken hier neue Unternehmen das Licht der Welt. Das ist das Rhein Valley, Standort des Karlsruher Instituts für Technologie. Noch wird dieser Ort relativ selten mit dem Thema Start-up und Gründen in Verbindung gebracht. Und es gibt fast keine Kommunikation zwischen diesen beiden Standorten. Wir wollen dafür sorgen, dass eine Verbindung aufgebaut und gepflegt wird, sodass auch Karlsruhe ein attraktiver Standort für Start-ups wird. Wir sind die Pioniergarage, eine Hochschulgruppe für Entrepreneurship am Karlsruher Institut für Technologie. Regelmäßig treffen sich motivierte Studenten, um sich Vorträge von Gründern anzuhören und an eigenen Ideen zu arbeiten. Schon letztes Jahr waren einige Pioniere im Silicon Valley und haben Kontakte geknüpft und Ideen gesammelt. So entstanden drei Start-ups aus der letzten Tour. Wir wollen es auch in diesem Jahr 20 motivierten Studenten ermöglichen, sich vom Gründergeist des Silicon Valley anstecken zu lassen. Allerdings fehlt uns dazu noch ein wichtiger finanzieller Baustein, für den wir eure Hilfe brauchen. Da wir als gemeinnützige Hochschulgruppe und als Studenten nur ein begrenztes Budget haben. Mit eurer Hilfe wollen wir auf Startnext mindestens 5000 Euro sammeln, damit wir unsere zehntägige Tour umsetzen können. Durch eure Spende vervollständigt ihr die Brücke, seid somit ein Teil dieser außergewöhnlichen Tour und unterstützt die Gründersehenden Karlsruhe. Außerdem darf jeder Spender an unserem spannenden Review-Event teilnehmen, in dem ihr Informationen aus erster Hand bekommt und mit uns in Kontakt treten könnt. Weitere Informationen zu diesem Projekt und Details zu interessanten Dankeschöns für unsere Spender findet ihr auf unserer Projektseite.